Der Metzinger Gemeinderat möchte eine neue Gedenkstähle für die Opfer der NS-Zeit errichten. Allerdings wissen die Verantwortlichen noch nicht, wo. Sie könnte auch beim alten Friedhof stehen, direkt neben den Ehrenmalen für die gefallenen Beiderweltkriege. Eine andere Möglichkeit wäre an der Ulmer Straße gegenüber vom Gasthaus Linde. Auch der Rathausplatz käme in Betracht. Des Weiteren überlegt der Gemeinderat, die Stähle an der Nordseite der Martinskirche zu platzieren. Das Aussehen möchte die Stadt über einen Kunstwettbewerb festlegen. Metzing hat schon mal 50.000 Euro bereitgestellt.